So, herzlich willkommen in Köln! So, das waren zwei von unseren schnellen Songs, Perfect Day. Da war alles mit angefangen und es hat uns so gefreut, um das in Köln die letzte Mal hier zu performen auf die Toko-Bühne. Und ja, dann einfach No Worse, auch so ein schnelles Song. Und ja, wie ihr weiß, ich könnte hier fast immer die Ballade an. Und heute auch. So, ich würde gerade sagen, vielleicht können wir genießen von der sehr schönen Ballade. Auch für die Familie da, für alle, die können genießen von das schönes Wetter. Fast. Aber, gibt es vielleicht Leute, die verliebt sind? Da sich, da, da auch ein bisschen, da auch ein bisschen, da. So viele, du auch? Ja, da auch ein bisschen. Und ja, wie alle. Okay, weißt du was? Ich glaube, ich muss nicht anfangen, weil wir...